so hallo und willkommen zu einer neuen folge und ich denke immer über die ja über die komplizierten dinge nach und irgendwelche dinge über die sonst niemand nachdenkt ich habe mir gedacht wenn ihr diese folge jetzt anhört dann hört ihr die wahrscheinlich ja über youtube oder ihr habt internetverbindung und lasst das audio was ihr jetzt hört auf euer handy oder auf euren laptop rüber streamen und da denkt man nie darüber nach warum höre ich eigentlich die youtube videos übers internet an man könnte ja sich audios durchaus auch auf eine andere art anhören und ich habe gedacht das wäre ja cool wenn zum beispiel irgendjemand unsere gespräche hier auf diesem youtube kanal wenn jemand die auf eine schallplatte pressen würde solche gedanken habe ich manchmal das ist ja natürlich jetzt auch das thema dieser folge datenträger welche datenträger es gibt und und welche eigenschaften die haben jetzt nicht nur für die datenqualität an sich sondern generell jetzt aus einer rechten oder traditionalistischen perspektive als gast habe ich mir den fritz geholt weil er ist musiker und kennt sich dann natürlich dann besser als ich und besser als manch anderer mit musik und mit musik datenträgern aus also servus fritz schön dass du heute wieder da bist und über über dein expertenthema redest mit uns guten tag lieber peter guten tag liebe zuhörer ich freue mich wieder dabei sein zu können und ich gut ich will mich jetzt nicht als experte für für datenträger outen oder generell für technik ich bin eigentlich ziemlich technik unaffin ich mag eigentlich technik nicht mehr richtig aber ich freue mich auf dieses thema es gibt doch einige spannende aspekte vor allen dingen ich sag mal in einer gewissen nicht materiellen hinsicht was uns so wichtig ist das ist eben halt die art des datenträgers alte datenträger seien es bücher oder filme oder kassetten oder schallplatten die konnte man alle noch anfassen gewissermaßen fühlen und direkt auch an andere leute weitergeben zum beispiel auch an seine eigenen kinder aber die datenträger die wir heute größtenteils nutzen sei es youtube sei es spotify oder irgendwelchen anderen irgendwelche streaming plattformen wie netflix oder so ein kram die sind alle nicht mehr physisch da die kann man nicht mehr anfassen die müsste man irgendwie herunterladen dass wenn man sie speichern wollte und das ist eigentlich das thema womit wir uns heute beschäftigen wollen genau genau weil das war auch so meine beobachtung wenn ich bei den großeltern bin oder mittlerweile sind auch unsere eltern schon älter wir haben dann immer irgendwelche alten datenträger bei meinen großeltern da gibt es viele alte bücher auch richtig gute alte kinderbücher und märchenbücher und so die ich mir gerne anschaue die ich als kind gerne vorgelesen bekommen habe und jetzt kann ich sie selber lesen schöne alte bücher in frakturschrift und wirklich hochwertig gemacht die halt teilweise über 100 jahre alt sind oder sowas wie fotoalben auch das liebe ich bei den großeltern einfach die alten fotoalben mir zu holen oder auch lose fotos die in einer kiste sind mir die anzuschauen und dann frage ich halt wer ist das ist das irgendwie ein urgroßonkel von mir also sich diese ganzen alten fotos von leuten anzuschauen oder von ereignissen anzuschauen wie hat das früher ausgeschaut diese sachen das finde ich sehr schön so schallplatten das hat es bei uns in der familie nicht gegeben aus irgendeinem grund aber generell man kennt das ja man geht zu den großeltern und findet die alten sachen hört sich die an schaut sich die an und da kriegt man was von vorherigen generationen übermittelt und meine überlegung ist dann das was wir heute haben werden unsere kinder das auch mal kriegen oder unsere enkelkinder also welches enkelkind von uns in 50 jahren oder so wird sich mal unsere spotify playlists anhören das wird nicht passieren das wissen wir alle zumal man sich wahrscheinlich spotify in 50 jahren eh nicht mehr anhören kann weil die datenträger alle anders sind oder weil wir untergegangen sind oder solche sachen und es gibt mir genauso wie dir also ich hatte vor ein paar monaten familientreffen und da haben wir uns allesamt die fotoalben herausgeholt und uns die alten bilder von den ehemaligen familientreffen angeschaut und dann auch geschaut wie haben sich die leute verändert wie sind sie älter geworden und so weiter oder wann kamen die die kinder wann kam meine generation dazu als solche sachen das hätten wir während diese fotos auf einem digitalen medium gespeichert auf einem computer oder sowas das hätten wir wahrscheinlich nie getan also die fotos heute das fällt mir jetzt an es wird so viel fotografiert wie nie zuvor fotos sind extrem billig zu machen die kosten sind quasi null und die leute fotografieren die ganze zeit irgendwas aber wer schaut sich das dann wirklich noch an oder halt irgendwelche urlaubsfotos die hat man dann am handy oder auf einer sd karte oder so und das vergammelt dann in einer schublade und ein paar jahren kann man die gar nicht mehr in den computer stecken weil der nicht mehr den anschluss hat also diese sachen das schaut man sich ja nie wieder an oder die leute machen es natürlich anders sie laden ihre fotos auf instagram hoch so zur narzisstischen selbst inszenierung das schauen sich dann halt ein paar hundert oder tausend leute an wenn das gepostet wird aber in ferner zukunft schaut sich das auch niemand wenn man dann weiß ja kannst du nicht gelöscht sind oder was weiß ich also dass das ist alles so so kurzlebig und so oberflächlich das wird nicht weitergegeben und auch die qualität der fotos ist meistens nicht mehr so gut damit meine ich jetzt nicht was auflösung oder sowas angeht sondern einfach was sie darstellen also man ist im urlaub tippt sein handy und fotografiert dann wahrscheinlich sich irgendwie beim essen und macht dann so einen daumen hoch und lächelt in die kamera oder sowas keine ahnung während man zu zeiten wurden fotos noch eine gewisse mangelware waren oder was heißt mangelware aber zumindest seltener waren da hat man posiert und aufgestellt man hat wenige fotos gemacht aber dafür hat auch gute fotos die man sich auch wieder gerne anschauen würde und ich glaube das ist bei den meisten urlaubsfotos also gerade bei menschen die unglaublich viel fotografieren nicht mehr der fall von meinem einen meiner urgroßväter von einem davon kenne ich nur ein einziges foto weil es keine anderen irgendwie gibt der dort am land gewohnt ist recht früh gestorben 43 ist der glaube ich gestorben ein einziges foto gibt es von dem das ist auf so einem ich weiß gar nicht was das genau für ein material ist es kommt mir vor als wäre es ein dicker karton oder oder irgendeine platte aus einem komischen material und da ist das foto drauf von ihm und seiner frau meiner urgroßmutter und das steht halt bei den großeltern im regal herum und ich habe mir das mal genau angeschaut was das eigentlich für ein foto ist und das steht hinten drauf ja fotografiert von dem und dem fotograf und dann steht die gemeinde in der der fotograf lebt und zu diesem fotograf zu fahren von dort wo die urgroßeltern gewohnt haben das war ein tagesausflug also die sind da wirklich haben sich die mühe gemacht haben sich ihre besten kleider angezogen haben einen tagesausflug gemacht in die stadt um sich von dem fotografen einmal fotografieren zu lassen ein einziges foto und da stehen halt die beiden so als ehepaar da kennt man eh so ein ehepaarfoto wo sie in besten kleidern dastehen und heutzutage macht das ja niemand wenn man überhaupt zum fotograf geht dann halt ja schnell schnell und so weiter also der aufwand ist gesunken aber mit dem aufwand sinkt auch die wertschätzung die man diesen sachen gegenüber darbringt das natürlich jetzt nicht nur fotos bezogen sondern generell diese modernen datenträger die ja die die sind kurzlebiger ich kann mich auch erinnern ich habe als ich ein kind war wirklich noch jünger als zehn so in dem alter da habe ich ein paar solche computerspiele bekommen die habe ich halt von jemandem bekommen geerbt von jemandem der sie nicht mehr gebraucht hat und das waren solche 2000er computerspiele die waren halt richtig gut oder in meiner erinnerung zumindest sind die richtig gut da hat es gegeben truckmania da hat man so autorennstrecken bauen können vielleicht kennen das manche oder crazy machines da nur so kettenreaktionen aufbauen können und das war eine richtig gute spiele die ich gern gespielt und die habe ich auf cd gehabt und ich habe dann unlängst versucht so ein spiel wieder zu spielen weil ich halt in der nostrilogie da schweben wollte und das hat nicht mehr funktioniert also ich habe diese alten spiele nicht auf meinem laptop installieren können ich habe dann geschaut was könnte ich tun dass das funktioniert da hätte ich mir extra mühsam irgendwie windows xp emulieren müssen am laptop weiß ich nicht wie es geht war mir halt zu mühsam habe ich nicht gemacht aber es ist halt irgendwie traurig weil diese spiele die für mich halt wirklich ein schöner teil meiner kindheit waren richtig gute spiele das werde ich nie meinen kindern weitergeben können oder nur auf eine extrem komplizierte art während andere datenträger die kann man an kinder weitergeben auch was computerspiele betrifft oder diese alten nintendo spiele das das nas und das super nintendo und n64 und so viele leute haben das ja noch zu hause und dann manchmal packt man das aus und spielt das geht tadellos das geht einem man steckt es halt an und das funktioniert also da sind die spiele ja auch auf solchen langlebigen kassetten drauf während heutzutage die spiele oft irgendwie gestreamt werden ganz komisch also das wird man dann oft nicht mehr in zukunft abspielen können ja wenn man heutzutage ein spiel spielen möchte dann geht man halt auf steam dann klickt man irgendwie auf download also man kauft sich vorher weiß ich nicht übers internet per paypal oder so dann klickt man auf download dann wartet man ein bisschen dann ist es da also man hat ja keinen physischen datenträger mehr den man irgendwie im laden kaufen muss oder bestellen muss sondern man bekommt direkt aus der cloud quasi heruntergeladen und ich meine peter hat ja schon von dem problem erzählt dass einige physische datenträger heutzutage gar nicht mehr abgespielt werden können aber wenn wir quasi steam verlieren oder wenn steam irgendeinen serverfehler hat und es abstürzt dann sind unsere spiele einfach futsch und ich finde das ist eigentlich eine ziemlich erschreckende feststellung also natürlich bei spielen ist das jetzt nicht ganz so schlimm denn spiele sind halt nur spiele aber bei anderen dingen wie zum beispiel musik oder oder filme da finde ich hat es eine bedenkliche auswirkung wenn man halt seine musik oder seine filme nicht mehr auf physischen datenträgern speichern möchte bei musik fällt uns ja allen ein der betreiber spotify diese streaming plattform ich selber habe kein spotify ich weigere mich vehement dass mir herunterzuladen ich glaube dem peter geht es da genauso das problem bei spotify ist du hast alle mögliche musik die du haben möchtest du kannst dir quasi aus unendlich vielen datenträgern irgendwas auswählen und dann werden sie halt direkt übertragen per internet oder du kannst sie downloaden aber du hast sie halt nicht physisch verraten und jetzt muss irgendwas passieren was uns widerstrebt zum beispiel spotify selbst zensiert irgendwelche musik oder es gibt einen serverfehl auf spotify oder sonst irgendwelche dinge dann haben wir diese musik einfach nicht mehr zur verfügung und weil irgendwann wird es wahrscheinlich eh keine tolle abendländische kultur mehr geben die dieses server nein aber halt dann gibt es halt einfach einen anderen anbieter es ist ja auch als bei computerspielen ist es ja auch so da gibt es dann immer wieder solche nostalgischen traurigen sachen oh irgendwie nintendo hat jetzt die server für für mario karts online runtergefahren oder so weiter gut das ist dann nur die online version eines spiels das ist erwartbar aber wenn dann das ganze spiel oder die ganze musik online ist irgendwann werden die server hinunterfahren das ist nur eine frage der zeit und dann ist es verloren das kann man seinen kindern nicht weitergeben also stellt sich vor wer jetzt oder wer wenn den 2010er jahren und dann später seine kindheit durchlebt hat der kann seine kindheit nicht mehr an die nächste generation weitergeben werden wir natürlich extrem viele sachen noch von unseren eltern und großeltern bekommen haben spielsachen und eben auch datenträger bücher vielleicht videospiele wenn sie schon jemand musik kassetten video kassetten oder vielleicht noch alte dvds oder so wir haben das weitergekriegt von unseren eltern und können ihre kindheit sozusagen gewissermaßen jetzt nicht vollständig noch einmal erleben und die guten sachen können sie weitergeben und das ist auch für die eltern schön wenn sie dann mit ihren kindern die gleichen alten bücher noch einmal lesen können oder sich die gleichen hörspiele noch einmal anhören können das ist auch ein wirklich ein schönes erlebnis und unsere generation wird das einmal alles fehlen weil wir die generation online sind die hat kurzlebig alles nur im moment streamt aber nicht für die ewigkeit aufbewahrt zumal ja die qualität an spielen und büchern ja schädlich abnimmt in der heutigen zeit die kinderbücher von damals sind ja kein vergleich mehr zu den kinderbüchern von heute das wissen wir ja alle ja wir haben dieses kinderbuch video auch gemacht und das ist echt das ist auch noch ein problem dass in den normalen anbietern also wenn man jetzt nicht speziell danach sucht in einem antiquariat oder so sondern einfach in eine in die nächstgrößere buchhandlung zum beispiel talia geht diese riesige buchkaufkette dann findet man keine gescheiten kinderbücher mehr die sind alle irgendwie getilgt man findet nur noch den modernen globo homo schrott und das ist auch eine gefahr die mich sehr sehr besorgt genau weil man denkt sich dann so okay vielleicht kann ich die sachen nicht persönlich weitergeben aber ich kann sie dann in zukunft kaufen das denkt man sich ja dann kaufe ich halt das eine spiel dann in zukunft auf einen neuen datenträger aber nein 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 das spielst du nicht das wird es nicht mehr geben also viele sachen die kannst du einfach nicht mehr kaufen du kriegst dann vielleicht nicht mehr die unzensierte version von pipi langstrumpf oder so sondern nur noch die politisch korrekte wo dann alles anders ist oder überhaupt keine mehr dann kannst du deinen kindern kinderbücher kaufen wo irgendwelche schwarzafrikaner homosexuelle transen vorkommen oder sowas oder unabhängig von politischen es gibt auch einfach spiele die sehr sehr schön waren also ich erinnere mich das habe ich peter schon im vorgespräch erzählt an ein spiel das hieß peter lustig verkehrsschule das habe ich ziemlich oft gesuchtet als zehnjähriger also das ist halt peter lustig der typ von löwenzahn der halt den kindern die verkehrsregeln erzählt und da gibt es auch so verschiedene lustige minigames die ich sehr gerne gespielt habe und dieses spiel gibt es nicht mehr im handel also muss auf ebay gehen und da gebrauchte cds kaufen wenn man auf amazon gehen möchte gibt es das glaube ich nicht mehr es ist sehr bedauerlich weil es wirklich eine gute sache war eigentlich selbst solche harmlosen dinge findet man einfach nicht mehr auf dem markt zumindest nicht mehr als neu produziertes produkt also das waren jetzt alles nur mehr oder weniger konsumprodukte oder vielleicht hat irgendwie kulturelle sachen weitergeben aber auch eine sache wo man den datenträger aspekt beachten muss man solche ganz am anfang schon gesagt ist eben youtube und diese internet sachen aber jetzt nicht auf unterhaltung bezogen sondern eher auf nachrichten und wissen bezogen ich habe mir mal vor vielen jahren eine youtube playlist angelegt wo ich alle videos reingespeichert habe die ich ja gut gefunden habe wo ich mir gedacht habe ja diese videos die möchte ich mir vielleicht nochmal anschauen oder da wird irgendwas interessantes gesagt die speichere ich mir und immer wieder wenn ich dann in diese playlist reingeschaut habe dann hat das so ungefähr ausgeschaut gelöschtes video gelöschtes video gelöschtes video gelöschtes video gelöschtes video alles weg oder das wichtigste weg das beste weg also wenn man jetzt wirklich diese sachen die ja auch eigentlich unsere jugend sind wenn man die erhalten will genügt es nicht eine playlist zu erstellen oder die links sich irgendwo aufzuschreiben sondern man muss sie wirklich runterladen das habe ich gemacht letztes jahr glaube ich angefangen habe ich mir einfach usb sticks genommen und meine lieblings youtube videos da drauf geladen das kann man ja machen das kostet nicht viel zeit nicht viel aufwand nicht viel geld kann man einfach machen und jetzt habe ich einen usb stick wo meine liebsten youtube videos drauf sind wollte irgendwelche sachen erklärt werden und das ist einfach so ein schönes gefühl das zu haben weil okay vielleicht usb usb stick wer weiß wird auch in 100 jahren nicht mehr benutzt oder so aber zumindest die alte hardware kann man auch aufbewahren und dann kann man sich das schon nach anschauen also das ist zumindest lang es ist natürlich nicht ideal aber es ist langlebiger als online und ich sag's dir auch vom konsum her ist es ein ganz anderes gefühl wenn du diesen stick in den computer steckst da macht sein geräusch und dann hast du halt diesen ordner wo die ganzen videos sind da kannst du dir anschauen auch vom gefühl her man schaut das viel lieber auf diese art an als da auf youtube zu nebenbei beim kochen streamen oder so also die wertschätzung steigt auch und gerade eben dieser zensuraspekt der macht das auch wirklich nötig dass man dass man diese videos sichert weil irgendwann gibt es einfach nicht mehr und jetzt nicht nur videos sondern generell alles was ihr denkt was interessant ist nicht einfach nur irgendwo den link speichern oder weiterleiten sondern runterladen auch irgendwelche nachrichten artikeln oder so die schockierend sind oder gute tweets oder oder was auch immer einfach screenshot machen und auf einem usb-stick speichern oder den text in den textdokumenten auf dem usb-stick speichern oder noch besser direkt ausdrucken das wäre auch irgendwie cool die top tweets einfach ausgedruckt da fällt mir noch eine coole sache ein was ich gemacht habe vor müssen mittlerweile schon fünf jahre oder noch länger da habe ich einfach damals noch habe ich die mims die mir gefallen haben die ich lustig gefunden habe habe ich mir gespeichert aufs handy und dann irgendwann habe ich tatsächlich ein fotobuch gemacht wo ich die besten mims aus dem jahr war ich weiß nicht welches jahr das war 2015 oder 16 oder so habe ich einfach die besten mims die ich am lustigsten gewonnen habe in ein fotobuch getan das drucken lassen und das meiner schwester zum geburtstag geschenkt und jetzt hat meine schwester ein physisches buch in dem lustige mims drinnen sind und jedes mal wenn ich sie besuche schauen uns dieses buch an und lachen drüber und finden das lustig und natürlich heutzutage sind manche mims vielleicht quinschen und denken sich haha das ist sowas von 2016 aber damals waren die echt lustig und das ist auch so interessant sich dieses buch anzuschauen wie haben sich die mims verändert und da sind gute sachen für die ewigkeit gespeichert das buch werden auch noch unsere enkelkinder oder meine neffen und nichten werden das auch noch lesen also das ist so ein appell von mir sichert wichtige sachen schreibt sie euch ab druckt sie aus speichert sie auf den usb stick brennt sie auf dvd wie auch immer sichert diese sachen bewahrt sie auf für die ewigkeit fritz was sagst du dazu also wenn man ganz ehrlich sein möchte ist zwar eine schöne sache dass du das mit den usb sticks so machst aber wenn man auf ganz normal sicher gehen möchte müsste man sich eigentlich wirklich die mühe machen und die vorträge irgendwie verschriftlichen in einem buch oder in einem essay oder sowas dann dann erst könnten sich auch die jahrhunderte überdauern denn wie du schon sagst ein neues b-stick in 100 jahren zu benutzen könnte schwierig werden ein buch kann man immer noch in 100 jahren lesen und ich finde es übrigens sehr schön dass du das mit deiner schwester so gemacht hast mit diesem mienbuch das stelle ich mir sehr lustig vor das sollten wir auch mal mit unseren rechten liebens machen das sage ich mir gedacht irgendwann könnte ich das einfach herausgeben so ein was ich dann best of von mir oder oder best of von dem was wir so gefunden haben so ein jahres abschluss album oder am ende des jahres die besten memes von diesem und jenem jahr oder die besten tweets von dem jahr das sollte man wirklich machen da merken wir uns das bei jedem kf treffen holen wir uns dann die alten meme album raus und lachen uns dann kaputt genau aber wirklich wisst was es kann man sich ja kaum vorstellen wie schön das ist durch ein buch durchzublättern wo memes drinnen sind normalerweise heutzutage speichere ich nicht immer mit mir ist das ja auch elend ist aber normalerweise da zeigt man oh mein meme ordner am handy schau dir das mal an hahaha aber mit einem buch das ist ganz ein anderes gefühl okay also wenn jetzt zu dem aspekt nichts mehr zu sagen hast dann würde ich jetzt eh auf das umschwenken nämlich der aspekt des konsums also das heißt der aspekt des bewahrens wo unsere moral ist sichert die guten wichtigen sachen auf einen datenträger der jahrhunderte überdauert und das sind eigentlich buch und schallplatte im grunde video für viele weiß ich gar nicht was die ideale datenregel so videospulen haltet auch lange nicht mehr so lange also nach einigen jahrzehnten zerbröckelt das auch also bücher sind nach wie vor mit der unangefochtene spitzenreiter oder den stein meistern kann man es auch das haltet dann wirklich ewig aber gut wer also ich werde jetzt nicht ein essai da in marmer meistern nein aber es wäre glaube ich schon hilfreich manche essays einige wenige zumindest zu verschriftlichen oder und viele machen das eh auch viele solche blogger oder youtuber das ist einfach ein buch herausgeben wo halt die besten skripte ihre videos oder gerade der academic agent den wir auch gerne anschauen der hat jetzt herausgebrachte populist illusion sein kleines buch über elitentheorie was ich sehr empfehlen kann und weiß ich nicht ob ich das sagen darf aber eigentlich ist das buch nur das skript von seinem online kurs in buchform gepackt und das buch kostet 20 euro und der kurs kostet 400 euro also falls jemand irgendwie geld ausgeben will dann das buch ist ist im grunde der kurs nur in billiger und hat ohne videos also gut das war der speicher aspekt und der konsum aspekt der kommt durch auch vor haben wir schon gesagt man schätzt das auch viel mehr also da kannst du jetzt natürlich als musiker dann dann deine geballte expertise raushauen ein problem was wir halt mit diesen massen medien haben sei es spotify youtube et cetera ist dass man es viel beliebiger und und respektloser behandelt als eine als eine schallplatte zum beispiel auch als eine cd die folge des dauerwährenden konsums über streaming plattformen ist dass man halt tatsächlich fast sich fast jede freie minute eigentlich mit diesen mit diesen daten beschallen kann und dadurch wird man der musik ja zum beispiel überdruck sich oder manchen youtube videos also ich kenne einige leute und es ging mir selbst auch teilweise so dass die dann irgendwann nicht mehr wussten was sie auf youtube hören sollten oder auf spotify weil sie einfach schon alles gekannt haben und sie irgendwann der musik müde wurden in anderen zeiten wo es ich sag mal weniger verfügbare oder weniger massentaugliche datenträger gab wie zum beispiel tds oder gar schallplatten wäre das nie vorbekommen weil man wenn man eine schallplatte hören möchte dann muss man halt zu einem plattenspieler gehen und sich daneben setzen und auch die geduld haben diese musik sich anzuhören man kann da auch zum beispiel nicht einfach zurückspulen wie es beim spotify lieb der fall ist nein man muss sich dann auch von vorne bis nach hinten das alles anhören oder natürlich kann man die schallplatte unterbrechen aber dieses beliebige zurückspulen das geht nicht dann sonst beschädigt man den datenträgern bei cds ist übrigens genau dasselbe also ich glaube ich habe in meiner kindheit schon ein zwei cds zerstört bekommen einfach weil ich immer wieder zurückspulen wollte es hat natürlich die vorteile dass man halt alles an alles leicht bekommen hat man kann sich viele unbekannte musik zum beispiel anhören also ohne youtube und spotify wäre ich auf so manchen komponisten nie gestoßen oder auch im allgemeinen politischen denken ohne youtube wer hätte da was von academic agent gehört wer hätte da was von keith woods gehört oder von irgendwelchen anderen rechten youtube oder sowas die unser denken ja geprägt haben der nachteil ist halt man bekommt so viel informationen dass man vieles gar nicht mehr filtern kann und eben wertschätzen kann ja das ist also generell wenn man eine große auswahl hat dann führt das meistens nicht dazu dass man jetzt wirklich die beste wahl trifft sondern auch dazu dass man sich verloren fühlt oder dem chaos untergeht das ist auch generell bei konsumprodukten so da gibt es ja diese studien hohoho eine studie wo wo man leute da hat man halt eben getestet welche auswirkungen eine große auswahl hat auf den konsum und da hat man halt so die experimentiergruppen die populär die leute wohin geschickt und beim einen experimenter hat es nur zwei produkte zur auswahl gegeben und beim anderen zehn und das war tatsächlich so dass die die eine kleinere auswahl gehabt haben mehr gekauft haben also diese große auswahl die verunsichert und aber natürlich wieder sagen sie doch ein vorteil weil eh ohne internet werden wir auf so viele dinge nicht gestoßen und man muss das irgendwie schaffen das zu überbrücken Einerseits den vorteil zu nutzen auf die dinge zu stoßen aber dann nicht in der masse zu ersticken und nicht unterzugehen in der beliebigkeit das finde ich ist halt auch so was ich schon gesagt habe auf den usb sticks speichern und dann hat man wieder diese knappheit und dann schätzen wir das auf einer usb stick sind jetzt was er sich zehn videos Größenordnung zehn videos aber es sind wirklich gute und ich mehr sie zehn braucht man im grunde nicht also zu den themen gibt es ja hunderttausende videos aber die zehn fassen das worum es in denen geht gut zusammen da kann man sich auch selber in eine künstliche verknappung schaffen indem man zum beispiel zu sachen runterladen oder sich aufschreibt oder ausdruckt oder so ist natürlich ein schwieriges thema gut aber red weiter über die musik das das höre ich mir gerne an was musik noch so besonders ist im gegensatz zu zum beispiel zum film oder zum video ist ja die musik ein medium sage ich mal oder eine eine sache die so alt ist wie die menschheit selbst während der film erst vor 100 jahren entwickelt wurde haben die menschen immer irgendwie musik gemacht also jetzt unabhängig davon wie gut sie musik gemacht haben oder was für musik aber sie haben halt immer musik gemacht und wenn man musik hören wollte musste man sie entweder selber produzieren also indem man irgendein instrument spielt oder in dem man singt oder ähnliches oder man trifft sich auch in irgendwelchen gruppen zusammen macht dann musik oder man musste ein konzert besuchen oder eine veranstaltung wo musik gespielt wurde das muss jetzt nicht zwangsläufig ein konzert sein das alles ist mit dem modernen datenträger nicht mehr nötig man muss kein konzert mehr besuchen man muss keine veranstaltungen besuchen kein fest oder sowas wo musik gespielt wird und man muss selbst nicht mehr musikalisch sein gewiss nicht alle menschen sind musikalisch begabt aber immerhin konnten viele menschen auch in früheren zeiten ein wenigstens ein bisschen musik machen und man hat auch in vielen alltagssituationen selbst musik gemacht ich kenne noch berichte von einem buch was ich ich glaube es ist eine ortschronik aus meinem heimatdorf die ich da gefunden habe wurde darin steht dass irgendwelche jungen damen in den 20er jahren halt in den wald gegangen sind der bei uns im dorf sich anschließt und halt einfach wandern waren und dann gesungen haben irgendwelche volksglieder oder so ein kram ich meine das ist jetzt keine keine großartige musik gewiss aber es ist halt selbstgemachte musik und es ist musik die quasi auch das gemeinschaftsleben stärkt denn das ist ein aspekt der musik den man heutzutage zu unterschätzen droht das musik in frühen zeiten nicht nur dazu da war um sie zu genießen oder um vielleicht gott zu ehren oder solche sachen sondern einfach den sinn und zweck hatte die gemeinschaft zu stärken ähnliches gilt übrigens auch für den tanz der gemeinschaftliche tanz zur musik hatte auch was elementar verbinden ist bei gemeinschaften man wurde denn quasi achtung schlimmes wort seine art kollektiv beim tanzen und das ist eine sache die man heutzutage nicht mehr hat also es ist ganz spannend das zu beobachten wie vereinzelter tanz immer wurde zuerst gruppen tanzt dann kam der partner tanzt einem menschen und heutzutage tanzen die menschen für sich alleine machen irgendwelche komischen bewegungen zu technik musik oder so ein kram was ich damit sagen möchte ist genießt musik nicht nur von euren mobilen datenträgern hört musik nicht die ganze zeit auf spotify oder so sondern wenn ihr musik hören wollt dann besucht vielleicht auch mal ein konzert oder besucht eine veranstaltung wo gute musik gespielt wird also jetzt vielleicht nicht weiß ich nicht den parteitag der fb oder so wo jetzt irgendwie schlager gespielt werden sondern halt wirklich gute musik gespielt wird das ist quasi mein appell und was auch ganz wichtig ist macht selber musik muss jetzt nicht großartig gut sein aber beschäftigt euch wenigstens damit und singt mehr und vor allen dingen singt euren kindern mehr was vor also das fängt schon damit an dass man vielleicht als elternteil seinen kleinkindern in den schlaf singt damit fängt schon an und das kann man dann weitermachen indem man mit seinen kleinen kindern irgendwelche kinderlieder singt also vernünftige kinderlieder jetzt vielleicht nicht weiß ich nicht das rote pferd oder so und was auch vielleicht ganz nützlich sein könnte muss jetzt nicht zwangsläufig sein aber investiert zumindest in eine gewisse musikalische bildung eurer kinder also dass sie zum beispiel irgendein instrument lernen die müssen jetzt nicht super perfekt dass sie nicht irgendwelche beethoven sonaten vom klavier spielen sollen sondern vielleicht reicht es einfach auch gitarre zu spielen und dazu zu singen das hilft dem gemeinschaftlichen leben mehr als als alles andere als irgendwelche datenträger als irgendwelche musik die denn aus dem cd player kommt oder aus der musikbox das ist quasi mein appell an euch der beste datenträger ist das eigene gehirn ja das stimmt halt wirklich in dem zusammenhang wenn man schon mal lieder lernt dann könnte man auch gleichzeitig gedichte auswendig lernen genau genau ein berühmter aktivist aus wien hat das mal gesagt um der moderne zu entkommen sollte man immer ein paar gedichte ausgedruckt haben und sie dann im alltag auswendig lernen wenn man gerade nichts zu tun hat finde ich auch gut oder einer der wichtigsten tipps dieser dieser herr s da gegeben hat in seiner ganz gesamten karriere muss ich ehrlich gesagt gestehen genau anstatt irgendwie auf dächer zu klettern lernst einfach gedichte auswendig und auch eine sache also mein appell legt datenträger an und auch im eigenen gehirn natürlich wie der fritz sagt lernst gedichte und lieder auswendig singt es auch selber macht das mit den kindern und so weiter und legt selber datenträger an die gut sind also legt euch eine bibliothek an echt kauft euch bücher auch besonders durch alte bücher aber auch neue bücher von irgendwelchen unabhängigen autoren oder von so nischen verlegen die keiner kennt oder antaus verlag kann man gut bestellen oder imperium presse oder sowas einfach bücher kaufen und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum dass man die auch tatsächlich alle liest sondern es geht darum dass man sie hat dass man was für die ewigkeit hat dass man unabhängig an informationslager hat weil wenn du selber eine bibliothek hast da ist völlig egal was gerade die politische situation ist da kann die apokalypse ausbrechen du hast informationen das internet bricht irgendwann zusammen oder kann zusammenbrechen webseiten werden zensiert vielleicht die öffentliche bibliothek die macht einmal zu oder oder schmeißt wichtige bücher aus dem sortiment raus aber eure bibliothek die kann man euch nicht wirklich wegnehmen kauft ihr viele bücher da gibt es auch diese geschichte der nasim talep hat das glaube ich in einem seiner bücher von umberto ecco's bibliothek umberto ecco kennt mehr so ein italienischer intellektueller der schon cringe links war aber auch richtig gebildet und intelligent und interessant man kann jetzt nicht zu viel schlecht über den reden und der hat eine legendäre bibliothek gehabt mit ich glaube über 30.000 büchern und dann manche naive leute fragen sich aber der kann doch nicht die 30.000 bücher gelesen haben und nein der hat auch nicht die 30.000 bücher gelesen weil umberto ecco's bibliothek hat nicht den sinn dass alle bücher dort sind die er gelesen hat in seinem leben die braucht man eigentlich am wenigsten weil da hat man das wichtigste im kopf sondern seine bibliothek hat den sinn dass er bücher hat falls er sie mal braucht wenn er mal was nachschlagen will geht er in seine bibliothek und dann liest er das buch wenn er es braucht also der sinn einer bibliothek ist wissen aufzubewahren und nicht eine persönliche sammlung zu haben von dem was man gelesen hat also insofern kauft euch bücher eher mehr als weniger ihr müsst sie nicht alle tatsächlich lesen aber es ist ja wirklich interessant die mal zu haben und ich stelle es mir auch schön vor wenn ich mal kinder habe und die dann meine bibliothek sehen und dann selber anfangen die bücher zu lesen natürlich die klassiker die ich schon ihnen empfehle und dann vielleicht lesen sie auch etwas aus der bibliothek was ich nie gelesen habe und dann kann man gemeinsam darüber reden also das ist interessant also was bei büchern mir gerade so spontan einfällt das unterschätzt man vielleicht am anfang aber bücher haben einen gewissen geruch meine mutter hat mir und meiner schwester als kind eines ihrer eigenen kinderbücher vorgelesen das heißt der frühling lebt im apfelbaum und das hatte so einen ganz eigenen muffigen geruch und als ich das irgendwann mal wieder vorgekramt habe aus dem bücher regal uns aufgeschlagen habe ist mir dieser geruch entgegen gekommen und sofort war ich automatisch wieder in dieser kindheit in dieser situation wo mir meine mutter dieses buch vorliest ich finde das ist eine sache die man zu unterschätzen scheint bei büchern also cds riechen nicht oder schallplatten habe ich auch nicht und usb sticks erst recht nicht aber bücher bücher haben einen eigenen fast individuellen geruch und wenn man quasi auch den an seine kinder weitergibt dann ist das eine tolle sache da fragt man noch einmal was an ja weil diese diese datenträger hat besonders die bücher die speichern ja auch dinge die gar nicht beabsichtigt sind wie im gerüche oder vielleicht kriegen sie irgendwelche flecken oder so dann weiß man ja da habe ich mal meinen café ins buch gestellt und was ich auch richtig cool finde ist wenn jemand im buch selber mitschreibt und unterstreicht und kommentiert ich kaufe mir gerne gebrauchte bücher und manchmal habe ich das glück dass ich eins bekommen wo der vorbesitzer oder kommentiert hat oder unterstrichen hat die wichtigsten sachen das liebe ich das finde ich so gut das sollte man eigentlich selber auch machen ich mache das viel zu wenig eigentlich einfach mit bleistift lesen und dann selber kommentieren oder wenn man irgendwelche querverweise hat einfach selber schreiben in dem buch findet man auch was dazu so dass man danach auch diesen netzwerkeffekt hat dass man halt von einem ins nächste kommt das finde ich ist auch wichtig das ist der vorteil vom internet dass wirklich schnell neue sachen empfohlen bekommst wenn das bei büchern eher langsam ist also da kann man durchaus selber auch empfehlungen in bücher reinschreiben und natürlich mag ich das auch gerne wenn ein buch viele fußnoten hat wo andere bücher empfohlen wir haben ja ein bisschen bei uns intern so den witz dass wir nora oder das puppenheim was das ist so ein ein theaterstück von henrik ipsen wo es um eine emanzipierte frau geht wir haben dieses buch gelesen und hat selber auch mal in verteilten rollen angefangen zu lesen das theaterstück hat wir haben sozusagen selber gespielt im sitzen und das ganze passiert nur darauf dass der spengler im untergang des abendlandes dieses buch in einer fußnote erwähnt und das ist halt auch irgendwie lustig und so entdeckt man dann auch wieder neue sachen über diese fußnoten und die verweise die jemand reinschreibt also ja das sollte man auch machen auf jeden fall und dann mein letzter appell ist dass man auch selber schreiben sollte und nicht nur am computer um es in der cloud zu speichern und wenn man schon am computer schreibt dann sollten wir es auch lokal speichern und am besten ausdrucken aber schreibt doch wirklich von hand auf papier mit der echten hand handschrift mit einer schönen füllfehl da kannst du auch eine schöne schrift lernen und wir machen das ja auch wir schreiben uns hier unter gegenseitig briefe und ich habe jetzt auch angefangen mir ja wie soll man sagen ein poesie album anzulegen wo halt auch mal sachen reinschreiben das war auch seine idee von uns ein freundschaftsbuch von rechts zu machen wo wir halt alle ein freundschaftsbuch ausfüllen unsere rechten internetfreunde und natürlich ein kinder freundschaftsbuch das irgendwie blöd da werden blöde fragen stellt die eigentlich uninteressant sind aber erwachsene haben ja auch sowas das nennt sich dann poesie album das einfach ein buch wo jeder den man mag kann da eine seite gestalten oder kann da was ein zeichnen oder reinschreiben so was habe ich mir jetzt auch angelegt fritz und wenn wir uns das nächste mal sehen dann werde ich das auch mitnehmen dann darfst du da auch die eine oder andere seite führen und ich würde mich geehrt fühlen wenn du mir auch eine musik hinein schreibst also das sind so unsere unsere lehren aus dieser folge die gedanken über die datenträger das jetzt auch einmal ein bisschen was neues oder das kommt mir vor das habe ich noch nicht woanders gehört in der form freut mich dass wir diese folge gemacht haben und danke fritz dass du dabei warst und gut darüber geredet hast vielen dank peter für die einladung und habe noch einen schönen tag auf wiedersehen ja tschüss und auf wiedersehen